So, weiter geht's. Ähm, ich hab mich ein bisschen aufgelevelt, das werdet ihr gleich sehen. Ich müsste jetzt auf Level 6 sein, sodass ich das ein bisschen schneller hier machen kann. Tour Nummer 2 also. Mal schauen, ich werd mich bestimmt oft veressen, aber... Okay, da ist ein Kristall. Den mach ich erstmal, kalt ist hier was in der Mitte? Nein, natürlich nicht. Oh. Okay. Yippie yippie y. Ähm, zack, zack. Kaputt. 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 Eine Seele. Ich will die 30 Thaler. Okay. Ja, ich weiß. Betrachte die Statuen und den Juwel auf der Stirn, oder was hat er da gerade gesagt? Schieben hilft meistens. Oh, was hast du zu sagen? Goldene Schalter, das werden sie auslösen. Super. Hm, Kristall. Weiter geht's. Und hey. Danke. Äh, jo. Ich muss nach links. Sesam, öffne dich. Was ist hier noch? Oh, was war das denn für einer? Ein Hexer. Na, na, na. Ah, da ist ein Schalter. Und auf. Ähm, ist hier noch was? Hier ist ein Hexer. Wow, noch nicht kaputt. Das war überraschend. Ähm, ne. Hier ist nix. Also, weiter geht's. Hm, was muss ich hier machen? Äh, oh, ne. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Noch ein Schalter. Ähm, noch ein Hexer. So, kaputt, kaputt und kaputt. Das waren alle Schalter. Ja, tatsächlich. Und müsste nicht hier schon der Boss kommen? Ah, hier ist noch irgendwas. Ich glaube, hier ist auch irgendwo ein Kristall. Ja, genau. Aber erstmal muss ich den verschieben. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Woops. Lasst mich weiter. Ah, da ist er ja schon wieder. Gibt's hier noch irgendwie ein Kristall oder sowas? Ah, hier ist ein Schalter. Das weiß ich. Ähm, hier irgendwas. Nee. Gezoffen. Krass. Okay, herzlichen Glückwunsch. Hahaha. So soll es sein. Zitt ein. Cool. Kein Boss. Dankeschön, Wächter. Welcher Kontinent ist diesmal? Ich glaube, Afrika. Es müsste Afrika sein. Hm, 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 hm. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ist das Afrika? Es müsste Afrika sein. Oder Südamerika. Nee, das ist Afrika. Und? Und? Ach nee, jetzt kommt noch nicht erstmal die Karte. Jetzt kommt erstmal... Ein Unwetter. Das Land braucht Wasser. Ja. Okay, ich hab's begriffen. Weiter geht's. Komm schon. Und es ist doch Südamerika. Ja. Sehen sich aber auch ähnlich. Aus den Tiefen des Meers an die Oberfläche zurück. Das ist der Müller, glaube ich. Der Müller und sein Gehilfe. Da war ich noch gar nicht. Gibt's da ein Kristall? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, weiter geht's. Auf zum nächsten Turm. Ja. Turm 2. Oh oh. Oh oh. Oh ne. Nein. Okay. Ist was auf der anderen Seite? Ja, ich muss nachschauen. Ich bin absoluter Perfektionist, wenn's um solche Spiele geht. Hui. Ah. Ah, da kann man rein. Ah. Ich glaub, hier ist eh nix. Hier kommt man nur hin, wenn man runterfällt. Oder ist hier ein Kristall? Doch, ist ein Kristall da. Und vor oft kommt oft. ic Videos, ich bin drab kort. Das ist gut. Ja. Bis dahin. Oh 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 His. Und das ist richtig gut. important.